ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Rudolf! Rudolf! Mein Rudolf! Ich habe mir einen Finger abgehackt! Welchen denn? Zeigefinger! Im Ganzen? Rudolf! Was? Versaust du gerade die Küche oder hast du dich ans Becken gestellt? Ich stehe an der Spüle! Rudolf, die Unfallversicherung, hast du die letzte Rate bezahlt? Ja, ja! Finger! Hm? Ich komme nicht an meinen Finger ran! Ja und? Na, mein Finger liegt auf dem Hackbrett und ich stehe an der Spüle, wenn ich unsere teure Küche nicht versaue! Na und die Gurken? Die Gurken sind okay! Wie okay? Inge! Hä? Ich brauche meinen Finger! Rudi, du hast gern kein Blut sehen! Aber wie komme ich an meinen Finger ran, ohne unsere teure Küche zu versauen? Dann lass ihn doch! Wie? Na lass ihn da liegen! Er liegt gut auf dem Hackbrett! 3.000 Euro! Was? Es gibt 3.000 Euro für den abgeschnittenen Zeigefinger! Nur? 30.000 wenn der Mittelfinger auch! Ach! 30.000 Euro! Das ist eine Menge Geld! Ey! Wir wollten doch schon immer auf die Kanaren! Inge und Rudi auf den Kanaren! Inge! Bitte! Inge! Wenn du erst nächste Woche den Mittelfinger abhackst, gibt es auch nur 3.000! Aber jetzt! Aber jetzt! Beide! Beide auf einmal! Jetzt gleich! Das gibt 30.000! So, Rudi! Ich hab mir den zweiten Finger abschneiden soll! Jetzt, wo wir schon mal dabei sind! Nein! Aber Rudi! 30.000! Das sind 30.000! Ich kann mir gleich die ganze Hand abhacken! Dafür gibt es 100.000! Inge! Ist ja gut! Teneriffa! Mhm! Halbpension im Drei-Sterne-Hotel! Mit Swimmingpool! Inklusive Flug! Pro Person Tausender! Das geht doch! Panasonic! Fahrfernsehergerät! 70er-Wildröhre! Mensch, Rudi! Ein kurzer Schlag und zack! Und wenn du den Ringfinger mitnimmst! Ich hab dich allein! Dann musst du herkommen! Oh, Rudolf! Du weißt genau! Ich kann kein Blut sehen! Da verbindet ihr die Augen, oder? So viel Blut! Ist jetzt schon total schlecht! Na, dann mach ich's nicht! Na gut! Ich komme! Tja! Ich hab den zweiten Finger ab! Rudolf? Wo bist du? An der Spüle! Wo denn sonst? Du musst zurück zum Hackbrett! Hier! Hier unten! Vorsicht! Achtung! Das tut weh! Lass die Hand! Hackbrett! Inge! Halt die Hand richtig fest! Ich hacke nicht die komplette Hand ab! Falls du darauf spekulierst! Einer reicht! Einer reicht! Ich muss nicht auf die Kanaren! Und dann... Dann holen wir uns... den Großen! Den Großen! Den Großen! Den Großen! 99 Programme! Ja! Mit... mit... DVD! Und dieses Runde! Ja, ich höre das! Inge! Eh? Outro Music Outro Music